Herzlich willkommen zum zweiten Video aus meiner Reihe Menstruationszyklus und Sport. Ich möchte euch meine Erfahrungen berichten und ihr seht, ich habe ein bisschen die Location gewechselt. Mittlerweile bin ich in St. Moritz im Trainingslager und deshalb filmen wir hier recht provisorisch in unserem Ferienapartment. Aber für den Inhalt macht es eigentlich nichts. Musik Wir müssen klären, wie ein natürlicher, gut funktionierender Zyklus aussieht, welche Hormone dafür wichtig sind, wo diese Hormone produziert werden und was es sonst noch für Körpersignale gibt, die man tracken kann und die einem eben Hinweise geben, ob man gesund ist oder nicht. Und ja, würde ich sagen, wir starten direkt und dafür wechseln wir an mein Infoboard. Also ich habe ein kleines Bild vorbereitet. Nicht wundern, dass ich hier einige Sachen abgeklebt habe. Da kommen wir dann nach und nach in den anderen Videos auch dazu. Ich versuche euch das gleich eben anhand von dem auch nochmal jetzt ein bisschen zu erklären, wie unser Zyklus aussieht, wenn wir gesund sind. Der weibliche Menstruationszyklus wird, wenn er eben gesund funktioniert, in 28 Tage eingeteilt, sprich ein Zyklus in 28 Tage, wobei auch ein Range bis 35 Tage noch als normal angesehen wird, also wenn er ein bisschen länger ist. Ja, charakteristisch wird er in zwei Hälften eingeteilt. Die erste Zyklushälfte ist die sogenannte Follikelphase. Follikel sind die kleinen Eibläschen in den Eierstöcken. In der Mitte ist er gekennzeichnet durch einen Eisprung, dass eben ein Ei zum Springen kommt. Und die zweite Zyklushälfte bis dann zur Periode ist die sogenannte Gelbkörperphase. Und ja, die Periode ist jetzt hier quasi der erste Tag der Blutung. Damit beginnt ein neuer Zyklus. Es gibt super viele Hormone, die unseren Körper beeinflussen. Ich möchte mich jetzt auf fünf konzentrieren. Und zwar in meinen Augen so erstmal die wichtigsten, die euch dann auch zum Beispiel begegnen, wenn ihr mal ein Blutbild macht oder eben mit einem Arzt ins Gespräch kommt. Und zwar sind das das Follikelstimulierende Hormon FSH, LH, das luthisierende Hormon, Östrogen, Progesteron, Testosteron. Ja, auch wir Frauen haben und brauchen Testosteron. Und noch Cortisol. Die Produktionsorte von diesen Hormonen sind vielfältig. Ganz übergeordnet ist die Hypophyse im Gehirn. Wenn die zum Beispiel zum Erliegen kommt, dann geht schon mal ziemlich wenig auch, was die Geschlechtshormone angeht. Denn die Hypophyse als übergeordnetes Zentrum sendet das FSH und das LH-Hormon an die Eierstöcke, um dort die Produktion von Östrogen, Progesteron und auch Testosteron anzukurbeln. Ein weiterer Ort, der auch im gewissen geringen Maße diese Hormone produziert, ist die Nebenniere. Nebennierenrinde. Die sitzt als kleines Hütchen auf den Nieren, hat aber ansonsten mit den Organen wenig zu tun. Die kann eben auch noch Östrogen, Progesteron, Testosteron und auch vor allem, was jetzt schon mal erwähnt für ein späteres Video wichtig ist, das Stresshormon Cortisol ausschütten. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben den Uterus, also die Gebärmutter. Auch die Gebärmutter kann in ganz geringem Maße weibliche Geschlechtshormone produzieren. Und auch super interessant wird später noch die Wichtigkeit der Fettzellen, denn auch die Fettzellen kommunizieren hier mit dem Gehirn über verschiedene Hormone. Und das kann eben einen Unterschied machen, ob ihr zu dünn, zu dick und so weiter seid. All das beeinträchtigt eben die Kommunikation. Ich habe euch gerade die fünf wichtigsten Hormone erwähnt und möchte euch jetzt mal zeigen, wie sie in unserem Zyklus wirken. Und dafür schauen wir uns diese Grafik an. Und zwar wichtig ist, hier noch zu erwähnen, dass ein gesunder Zyklus immer durch einen Eisprung gekennzeichnet ist. Und auch gleich nochmal der Hinweis, was für einige sicher auch eine neue Information sein wird, ist, dass wenn ihr aktuell die Pille nehmt, habt ihr diesen Zyklus nicht. Ihr habt keinen Eisprung und eure natürliche Hormonproduktion, die ist einfach stillgelegt. Das, was ich euch gerade gezeigt habe als übergeordnetes Zentrum im Gehirn, das wird einfach dadurch ausgeschaltet. Also ihr habt synthetische Hormone, aber nicht diese Kurve, die ich euch gleich erkläre. Dazu aber eben auch in einiger Zeit nochmal ein separates Video. Wir fangen jetzt an, uns den Zyklus mal ganz am Anfang anzuschauen, also Tag 1. Das heißt, Tag 1 ist, wie gesagt, gekennzeichnet durch den ersten Tag der Periode, also wo eure Blutung eintritt. Da ist es so, dass eigentlich alle vier Hormone, also Geschlechtshormone, Cortisol, klammern wir da aus für später, ziemlich niedrig sind. Also das ist unsere Hormon-tiefe-Phase, wo wir von unseren Hormonen den Männern eigentlich am ähnlichsten sind in unserem gesamten Zyklus. Dann, ja, so der Eisprung ist, wie gesagt, so in der Hälfte. Wir gehen jetzt also von einem 28-Tagen-Zyklus aus. Zum Eisprung hin steigt vor allem Östrogen langsam an, hat dann auch beim Eisprung den Peak und flacht wieder ab in der zweiten Zyklushälfte. FSH ist das Follikel-stimulierende Hormon. Damit ein Ei zum Eisprung kommt, muss es natürlich erstmal das Ei stimuliert werden. Das ist die Aufgabe von FSH. Das heißt, das steigt ein bisschen an zum Eisprung. Da seht ihr hier, wenn quasi das Ei springt, hat eigentlich auch FSH seinen Peak und flacht dann wieder ab. Und steigt dann erst wieder an nach eurer Periode. Dann, damit das durch den Eisprung, wenn das Ei gesprungen ist, schauen wir uns jetzt hier das LH an. Das ist ganz lange tief und steigt dann zum Eisprung langsam an und hat seinen Peak, wenn das Ei springt, und sorgt dafür, dass quasi die Hülle um das Ei herum, also dass das Ei aus der Hülle rauskommt. Und dieser Corpus luteum heißt das, also die Hülle, die ist dann dafür verantwortlich, dass das Hormon Progesteron gebildet wird. Gut, sprich, auch schon mal eine wichtige Info zu merken, hat man keinen Eisprung, hat man auf jeden Fall schon mal viel zu wenig Progesteron im Körper. Weil, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, in der Nebennierenrinde wird zu geringem Anteil auch Progesteron gebildet, aber der Hauptanteil entsteht eben durch den Eisprung und kommt aus diesem Corpus luteum aus dem Eierstock. Das ist also dann jetzt auch nochmal das Vorletzte, was wir uns anschauen. Also Progesteron ist ewig lang ganz niedrig und nach dem Eisprung steigt es an und sorgt dann vor allem dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut dicker wird und sich aufbaut, damit dann das Ei, falls es befruchtet wird, eben sich da gut einnisten kann. Wenn es nicht befruchtet wird, fällt Progesteron wieder ab und die Gebärmutterschleimhaut wird abgestoßen und ihr bekommt wieder eure nächste Blutung und seid wieder bei Tag 1. Jetzt fehlt uns noch das Testosteron. Wie gesagt, wir haben nur sehr wenig davon, aber für Performance und gerade auch Muskelaufbau und so weiter und für den Sport ist es halt super wichtig. Das ist immer in einer geringen Dosis da, hat auch zum Eisprung ein leichtes Peak und fällt dann wieder ab und ist ansonsten eigentlich immer in einer relativ gleichmäßigen Dosis vorhanden. Ich möchte euch noch zwei Körpersignale vorstellen, die super spannend zu tracken sind. Zum Thema Tracking kommt natürlich auch nochmal ein eigenes Video, habe ich euch schon angekündigt, aber vielleicht könnt ihr ja gerade nach diesem Video einfach schon mal anfangen, euch mit eurem Zyklus auseinanderzusetzen und eben auch diese Parameter zu tracken. Das eine ist der Cervixschleim, das heißt, das ist ein Ausfluss, den wir Frauen haben, den wir unter Umständen zum Beispiel in unserer Unterwäsche finden können und der uns extrem viel Information über unsere hormonelle Situation gibt und auch über den Zeitpunkt von unserem Zyklus, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt, ich sage euch jetzt einmal, wie das, ja, wieder, weil es heute um den optimalen Zyklus geht, optimalerweise aussieht. Gerade, also während der Periode hat man meistens kein Cervixschleim. Wenn, dann ist es, ja, also das Gefühl ist eher sowieso trocken und man hat kaum Schleim. Dann so ab dem 6., 7., 8., 9. Tag hin zum Eisprung wird er langsam cremig, klumpiger von der Konsistenz, gelblich, weißlich, hat so ein bisschen was, ja, von so einem festgeklebten Ei sozusagen. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, die echt super, finde ich, immer krass ist, wenn man das dann eben doch feststellt. Der Cervixschleim beim Eisprung, der ist halt plötzlich dann super glasig und hat so ein ganz bestimmtes Merkmal, dass er spinnbar ist. Das heißt, der ist wirklich so klar wie die Fensterscheibe und man kann ihn, ja, so zwischen den Fingern bis zu 5 cm, äh, 5 cm, ja, auseinanderziehen. Also der ist so richtig, so wie so Eiweiß, so von der Konsistenz. Generell ist es eher sehr flüssig auch und eher so ein feuchtes Gefühl. Und nach dem Eisprung wird er wieder klebrig, klumpig, gelblich, weißlich, eher von der Konsistenz wie Klebstoff, lässt sich gar nicht mehr auseinanderziehen, sondern eher so schmierig und dann steht er quasi schon wieder die nächste Periode an. Das heißt, es folgt wieder die Phase, wo es trocken bis hin zu gar kein Schleim ist. Diesen Schleim könnt ihr eben zum Beispiel in der App super tracken und, ähm, seht da dran eben zum Beispiel, ähm, kann es mitten, ähm, ja, Signal sein, ob ihr einen funktionierenden Eisprung habt. Dann die Temperatur. Auch super interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Jeden Morgen vor dem Aufstehen eure Basaltemperatur messen. Die ist während der Periode am niedrigsten. Dann erhöht sie sich zum Eisprung langsam und während dem Eisprung hat sie dann eigentlich, ja, also der ist ganz charakteristisch, dass es dann einen richtigen Anstieg geben muss. Also schon auf jeden Fall 0,3 bis 0,5. Bei mir sogar teilweise bis ein ganzes Grad. Und dann ab dem Eisprung bis zur nächsten Periode, also über die ganze zweite Zyklushälfte, bleibt die Temperatur hoch. Und wenn ihr über einen Zyklus wirklich so eine schöne Temperaturkurve tracken könnt, wisst ihr auch schon mal, dass wirklich bei euch alles in Ordnung ist. Einer der Hauptgründe, warum ich diese Videoserie überhaupt mache, ist auch, damit ihr zum Beispiel inspiriert seid, euch auch intensiver mit eurem Zyklus auseinanderzusetzen, zu tracken, und euch besser kennenlernt. Und ja, in meiner eigenen Studie an mir selbst und als ich das angefangen habe zu machen, ich fand es einfach so bereichernd, diese ganzen Informationen zu sammeln, weil ich wirklich gemerkt habe, wie viele Launen, Emotionen, physische Hochs und Tiefs eben plötzlich erklärbar sind, wo ich immer sonst angefangen habe zu zweifeln, weil ich dachte, plötzlich funktioniert bei mir gar nichts mehr und so weiter. Oder der Philipp ist durchgedreht, weil ich nur noch schlechte Laune hatte. Und im Endeffekt gibt es wirklich eine Erklärung im Zyklus. Und eine Sache, die ich ganz cool finde, deswegen habe ich das hier hingeschrieben, ist die Einteilung von unserem Zyklus in Jahreszeiten. Also einmal Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und ich versuche es euch mal so ein bisschen zu erklären. Die Periode kennzeichnet die Winterzeit. Das ist eigentlich die Zeit und ich denke, viele von euch, die werden das genau wissen, was ich meine, wo man sich eher so ein bisschen einigeln möchte, wo man Ruhe braucht, wo man sich zurückzieht, wo man eigentlich gar nicht so viel Bock hat auf rausgehen, Freunde, Action, sondern wirklich eigentlich so ein bisschen Me-Time braucht. Und wenn ihr das alles mal wisst, könnt ihr auch einfach wirklich lernen, euren Körper da hingehen zu respektieren und ihm das auch zuzugestehen. Und ihr werdet dann halt merken, dass ihr, wenn ihr das macht, halt immer besser in Balance kommt. Dann zum Eisprung hin beginnt der Frühling. Der Eisprung ist häufig auch viele Frauen beschreiben das wirklich so als so ein Hoch, dass man sich plötzlich so energiegeladen fühlt und ja, so wie der Frühling eben so ein bisschen ist, dass man gerne rausgeht, plötzlich das so genießt, kurze Hosen wieder und so weiter. Also man wird einfach extrovertierter. Das hat auch wirklich Einfluss auch auf die kognitiven Leistungen. Man kann halt vielleicht zum Beispiel auf der Arbeit viel besser mit anderen kommunizieren, Vorträge halten und so weiter. Dann, ja, mit dem Eisprung und dann eigentlich so noch die erste Phase von der zweiten Hälfte ist so der Sommer, also die Hochphase, wo es auch einfach richtig gut läuft. Es fällt einem total leicht, Aufgaben zu machen, den Haushalt zu schmeißen, den Job und noch das Training. Also da läuft alles richtig gut und dann mit dem Herbst wird es schon wieder so ein bisschen schwieriger. Manchmal ist es so, ich kenne das von mir zum Beispiel, ich verabrede mich zu irgendwas, während ich noch in der Phase bin und dann kommt quasi der Herbst und Winter immer näher, wo dann eben die Verabredung ist und dann denke ich mir so, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Eigentlich, ich kann irgendwie gar nicht oder kann ich die Leute nicht wieder ausladen oder bestimmte Sachen fühlen sich dann einfach nicht mehr gut an und ich finde mich da halt extrem wieder da drin und seitdem ich mir das einfach so ein bisschen bewusster gemacht habe, versuche ich einfach mehr danach zu handeln und habe einfach das Gefühl, dass es ja für meine Mitmenschen und für mich halt insgesamt viel einfacher ist. So, ich habe euch überflutet mit Infos jetzt. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ich wollte einfach mal, dass ihr einen groben Überblick bekommt darüber, wie unser Zyklus aussieht, damit wir einfach für die nächsten Videos quasi alle auf einem Level sind und eine Sache ist noch wichtig, dass ihr versteht, warum es so wichtig ist, einen natürlichen, funktionierenden Zyklus zu haben. Das ist zum einen, dass ihr ohne einen natürlichen Zyklus, also einen gut funktionierenden Zyklus, niemals diese Power spüren werdet, die daraus hervorgeht. Das heißt, ihr werdet sonst nie diese intensiven, hochenergiereichen Phasen erleben, genauso wenig wie auch eigentlich diese Rückzugsphase, was Schönes sein kann. und dazu kommen Faktoren wie zum Beispiel Knochendichte. Wenn ihr quasi zu wenig Hormone habt, wenn ihr keinen Zyklus habt, wenn eure Periode einfach ausbleibt, ist das nicht cool oder irgendwie praktisch für den Sport, sondern das ist eigentlich ein Desaster, weil ihr werdet niemals so performen können, als wenn ihr wirklich funktionierende Hormone habt. Eure Knochendichte wird abnehmen, das heißt, ihr seid viel verletzungsanfälliger und eventuell baut ihr die so weit ab, dass ihr unter Umständen in älteren Jahren überhaupt keinen Sport mehr machen könnt oder euch ständig die Knochen brechen. Und ja, einfach für unsere ganze Körperfunktion ist es einfach extrem wichtig, dass wir diese Hormone haben und deshalb ist es auch einfach in meinen Augen so schlimm, wie viele Frauen einfach die Pille nehmen, weil wie gesagt, die Pille sind synthetische Hormone, die eure körpereigene Produktion komplett ausschaltet. Und wie gesagt, ich habe viele Fragen bekommen, auch natürlich, wie das bei mir ist. Ich habe früher auch die Pille genommen, werde da auch gerne nochmal bei meinem nächsten Video, wo es dann, also beim letzten Video, wo es um die Pille geht, nochmal mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen drauf eingehen. Aber ich kann euch nur sagen, ich bin Gott froh, dass ich sie nicht mehr nehme und dass meine Hormone wieder natürlich funktionieren und ich einen natürlich funktionierenden Zyklus habe mit Eisprung, aber wie schon in meinem ersten Einleitungsvideo erwähnt, merke ich, dass es für meinen Körper halt super anspruchsvoll ist, das hinzubekommen, mit den ganzen äußeren Einflüssen, Sport, also Leistungssport, Stress, teilweise dann auch schlechte Ernährung und so weiter, das Gleichgewicht zu halten. Aber das ist so eine Sache, der ich mich jeden Tag aufs Neue widme und mit großer Leidenschaft, weil ich einfach weiß, wie viel Power da drin steckt und dass es mich am Ende halt auch zu einer viel besseren Athletin macht. Eine Sache, die hier noch erwähnt sein sollte, ist, dass ich natürlich keine Ärztin bin oder sonstige Fachfrau zu diesem Thema. Von daher kann ich euch hier nur aus meinem Erfahrungs- und Erlebensschatz berichten und ja, es besteht hier natürlich auch kein Anspruch auf Vollständigkeit und ich hoffe trotzdem, dass ihr das ein oder andere mitnehmen könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid nicht irgendwie komplett überfahren von den ganzen Infos. Ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr das auch so ein spannendes Thema findet und ihr auch der Meinung seid, wir müssen noch viel mehr darüber reden. Abonniert auch gerne meinen Channel, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht, denn da wird es vor allem um die Störfaktoren gehen, also was kann diesen wunderschönen Zyklus alles zum Erliegen bringen, dazu führen, dass ihr einen zu kurzen Zyklus habt, einen zu langen oder wie gesagt, gar keinen. Wird ein super spannendes Thema und ich hoffe, ihr schaut euch auch dieses Video an.